Herzlich willkommen in der Content-Ära. Heute entscheiden mehr denn je die richtigen Inhalte über den Erfolg von Kommunikation. Diese Inhalte müssen relevant, nützlich und unterhaltsam sein. Vor allem im B2B-Geschäft gibt es da noch viel zu tun. Das ist der Grund, warum wir dieses Agenturmodell geschaffen haben. Zentral sind die drei Bereiche Consulting, Content und Conversations. Alle drei Bereiche hängen miteinander zusammen. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir Marketingstrategien, planen ihre Medienarchitektur, entwerfen kreative Kampagnen und positionieren sie als attraktiven Arbeitgeber. Auf dieser Basis produzieren wir Inhalte in Text, Design und Film, die Kunden anziehen und ihre Marke aufwerten. Bei digitalen Projekten nutzen wir die neuesten technologischen Standards für alle Endgeräte. Sie stoßen Diskussionen an und bleiben im Gespräch, in den sozialen Medien, in der Presse, auf Events und durch Direktmarketing-Kampagnen. Ihr Image profitiert und sie gewinnen Leads. Denn Aktionen mit passenden Inhalten haben eine enorme Rücklaufquote. Dieses Agenturmodell ist ideal für Unternehmen, die das Potenzial ihrer Inhalte in Marketing, Vertrieb und Kommunikation voll ausschöpfen möchten. Kallis & Schewe ist ihre Agentur für Marketing in der Content-Ära.